Hi, mein Name ist Laszlo und wenn ihr dachtet, mit der Eulerei von Hogwarts Castle wäre der Tiefpunkt dieser glorreichen Serie bereits erreicht, dann habt ihr die Rechnung ohne das Lego-Design-Team gemacht. Eine Klemmbaustein gewordene Bankrotterklärung des Kreativen haben wir hier vor uns mit der 7643.5 von Lego aus der fantastischen Wizarding World von Harry Potter, die große Halle von Hogwarts Castle. Ich glaube, selten ist ein Set angesichts der großen Ambitionen, mit denen es angetreten ist, so sehr auf die Nase gefallen wie dieses hier. Das ist wirklich betrüblich, was ich hier auf meiner Seite dieser Fassade sehe. Ihr habt noch die Schokoladenseite abbekommen. Das ist das Beste, was es zu diesem Set zu sagen gibt. Die Figuren sind in Teilen jedenfalls nicht schlecht, das steht auch fest. Aber was hier los ist, da könnt ihr euch auf was gefasst machen. Wir haben 1732 Teile in dieser großen Halle und das Ganze kommt für 200 Euro im UVP daher. Ich würde mal sagen, in der Harry Potter-Welt von Lego ist das jetzt nicht vollkommen absurd. 150 Euro UVP wären sicherlich angemessener. Ich habe 150 Euro bei Amazon bezahlt. Vom Grundsatz her bin ich damit auch einverstanden. Das ist kein, so absurd das klingt, furchtbar schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis. Teile, Zahl, Figuren, die drin sind und so weiter, ist das generell irgendwie in Ordnung, wenn man die Lizenz mitdenkt. 120, 130 Euro wären wahrscheinlich ein Preis. Damit kann man leben, wenn man halt keine Ansprüche an die Innenarchitektur hat. Das ist unbegreiflich, was hier passiert. Aber ihr werdet es gleich mit eigenen Augen sehen. Vielleicht habt ihr das ja sogar schon, denn ich habe ja ein Detailvideo zu diesem Set rausgebracht. Da gehen wir wirklich Bauabschnitt für Bauabschnitt durch. Die ersten Bauabschnitte sind echt in Ordnung. Da denkt man noch hier und da, ein bisschen seltsam vielleicht, was da entschieden wurde, aber okay, komm weiter. Und dann so 12, 13, 14. Bauabschnitt, da verlässt es euch dann endgültig und ihr könnt nur noch mit dem Kopf schütteln. Da war ich zwischendurch ernsthaft so ein bisschen in Schockstarre. Also das ist auch keine Übertreibung jetzt hier irgendwie von wegen, ha ha, held by wish bestellt. Soll gar nicht sein. Ich weiß einfach nicht, wie ich es euch anders vermitteln soll. Ich saß einfach wirklich mit offenem Mund vor dem Set. Ist so. Es hinterlässt einen fassungslos. Wenn ihr möchtet und sagt, hey, ich bin leidensfähig oder ich finde die Figuren geil, ich möchte die auf Seite legen und in 20 Jahren teuer verkaufen, was auch immer, schaut mal unten auf den Link in der Videobeschreibung. Da findet ihr dieses Set bei Amazon und unterstützt mich mit einem Kauf auch noch finanziell so ein bisschen mit einer kleinen Provision beziehungsweise den Kanal hier vielmehr oder wenn ihr wollt und was viel Vernünftigeres machen möchtet, dann kauft euch einfach irgendwas, nachdem ihr auf den Link geklickt habt. Irgendwie eurem Freund, eurem Freundin, ein paar nette Blumen auf Amazon oder sonst was. Ich weiß es nicht, was es da so alles gibt. Das Geld ist in jedem Fall besser investiert als in dieses Set hier. Aber wie gesagt, eine kleine Unterstützung geht an den Kanal und dafür meinen herzlichsten Dank. Auch vielen Dank schon mal, falls ihr ein Abo dalassen möchtet auf dem Weg nach unten. Das ist eine großartige Sache und dann gehen wir das Ganze gemeinsam an. Ich habe hier vor einem guten Jahr, als ich noch so ein bisschen krawalliger unterwegs war, mal das Harry Potter Set zum Schwarzen See aus dem Trimagischen Turnier vorgestellt. Und da habe ich kein gutes Haar dran gelassen. Ich habe gesagt, das ist übelst schlecht, eine lächerliche Tauchfunktion. Ihr erinnert euch, der Viktor Krumm wird einfach hier reingeschubst, wenn man auf ein Knöpfchen drückt. Gut. Gemessen an diesem Hogwarts Castle Set hier, das ja das Signature Set dieser neuen Hogwarts Castle Reihe sein soll, ist das Trimagische Turnier hier eines der besten Sets, die ich je gesehen habe. Wirklich nur in Relation, nicht falsch verstehen. Wir haben hier alles. Wir haben Detailreichtum, wir haben coole Farben, wir haben tolle Figuren mit interessanten Molds auch zum Teil. Wir haben immerhin fast halb so viele Figuren wie hier in dem Hogwarts Castle Set. Und es ist tatsächlich auch angemessen ausgestattet im Inneren mit Dingen, die wir gar nicht gewollt oder gebraucht hätten. Keine Sticker, eine Uhr, die sich dreht. Also was willst du mehr? Wir haben sogar echte Funktionen drin mit der Tauchfunktion und allem. Und es gibt ein Boot. Nicht mal das geben sie uns hier mit, obwohl wir unten einen Weg zum Bootsanleger haben. Das ist so lost, dieses Set, dass sogar das dagegen gut ausschaut. Und das heißt eigentlich alles, was ihr wissen müsst. Die große Halle ist Teil, ich habe es gesagt, der neuen Hogwarts Castle Reihe. Ich weiß nicht, Version 3.0, 4.0 von Hogwarts Castle mittlerweile. Und seit der letzten Variante ist man ja dazu übergegangen, einzelne Module zur Verfügung zu stellen, die man dann zu einem großen Hogwarts Castle zusammenfügen kann. Eine Idee, die ich extrem klug und cool finde. Sowohl aus Marketing-Sicht, aus betriebswirtschaftlicher Sicht, aber auch so in Sachen Fanservice und so ist das einfach eine feine Sache. Klar, kostet euch doppelt und dreimal so viel wie das alte Schloss Hogwarts. Aber nichts dagegen. Man kann was sammeln, ist in Ordnung. Hier mit diesem Set, das das größte Set dieser frühen Welle jetzt der neuen Hogwarts Sets ist, ist das Ganze eigentlich schon komplett auf den Bauch gelandet. Also die Eulerei, Heulerei nennen es ja manche, das war schon düster. Aber das hier zeigt eigentlich, es geht genau da weiter. Das war kein Ausrutscher. Kaufe vier Eulereien, dann hast du einen Turm. Hier ist es Kaufe zwei von diesen Sets und dann hast du eine große Halle. Ja, wir nähern uns dem Ganzen so gelassen wie möglich, möchte ich fast sagen. Aber so richtig ist das kaum noch machbar. Schauen erst mal auf die Box. Und ja, von der habe ich mich blenden lassen wie ein blutiger Anfänger. Ich kann es nicht anders sagen. Ich hatte wirklich Bock drauf, euch ein geiles Set zu zeigen und mal wieder ein richtig großes Spielset von Lego zu bauen. Mit vielen Figuren. Harry Potter Reihe, eine der großen Reihen von Lego. Da dachte ich, machst du echt nicht viel mit falsch. Im schlimmsten Fall ist es vielleicht ein bisschen überteuert, aber Spaß wirst du damit haben. Ich habe mich massiv geirrt. Zehn plus geht in Ordnung. Elf Figuren drin, passt. Der Troll natürlich das Highlight hier. Ich hätte viel, viel genauer hinschauen sollen. Hätte ich hier besser drauf geachtet? Hätte ich hier unten besser auf diese Module geschaut? Dann wäre mir wahrscheinlich klar geworden, das hier ist eigentlich das zweite Set, das ich ungeöffnet zurückschicken muss nach der unseligen Javin 4 Rebellen Basis. Ich habe irgendwie gedacht, naja, das ist wahrscheinlich nur so ein Ausschnitt. Wie ein Anfänger, ich sage es euch. Als hätte ich noch nie ein Lego-Set gesehen. Und ich habe es aufgemacht und losgelegt und habe nicht weiter darüber nachgedacht. Mir hat die Idee gefallen, dass man diese Elemente unten rausnehmen kann zum Bespielen. Das fand ich irgendwie knuffig, fand ich eine gute Idee. Eieiei. Wir haben fünf Collectibles Portraits. Vergiss es. Wir haben fünf Collectibles drin. Diese bedruckten Fliesen mit Gesichtern von irgendwelchen Zauberern. Die fügen sich auch ein ins Set. Soweit so gut. Vollkommen schamlos wird hier noch auf die 76426 hingewiesen. 40 Euro, wenn es nach Lego geht. Und bei Amazon 30 Euro. Und ihr habt halt noch ein Bootshaus dabei. Das wird eure große Halle gleich viel, viel hübscher machen. Wer tut sowas? Ich meine, wie verzweifelt, wie gutgläubig, wie naiv muss man sein, um da noch zuzugreifen? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es rausfinden, ob das hier was kann. Ich habe echt gedacht, okay, die große Halle, die wird geil. Du kaufst das Bootshaus dazu. Im Worst Case ist es Schrott. Aber dann hast du wenigstens mit der großen Halle gezeigt, du hast nichts gegen die Serie als solches. Alles bestens. Ich befürchte ernsthaft, dass das Bootshaus im Preis-Leistungs-Verhältnis das angemessenere Set sein wird. Wir werden es rausfinden gemeinsam. Die Box bringt noch ein weiteres Feature, denn man kann sie öffnen wie so ein Brettspielkarton. Das ist cool generell. Ich finde, das wirkt erstmal wertig. Die Betonung liegt aber auf wirkt. Denn ich finde es manchmal ein bisschen albern, wenn der Held der Steine sagt, die Pappe ist so super dünn. Man kann sich über alles aufregen. Aber in diesem Fall hat er echt recht. Die Pappe hier ist so dünn, dass sich das Ganze so billig und schäbig anfühlt. Man hat echt diesen wabbeligen Deckel hier, der in sich schon zusammenknickt. Und diesen Schrorenkarton gefüllt mit den 16 Papierverbundtüten zum Greenwashing und so weiter und so fort. Das wirkt super billig. Finde ich ernsthaft. Wirklich schade. Finde ich diese Aufklappkartons viel, viel schöner. Das ist B-Note. Viele interessiert das auch gar nicht. Ist mir auch klar, mich juckt das auch normalerweise nicht so sehr. Aber es kommt halt zum Gesamteindruck hinzu. Ich habe den Stickerbogen verloren. Der ist mir da irgendwo ins Jenseits gesegelt gerade. Aber einen habe ich noch. In Silber hier die Folien für die Spiegel. Der andere Stickerbogen, das sind vielleicht so 10 Sticker drauf. Das ist winzig klein. Echt in Ordnung. Da denkt man sich, bei 1700 Teilen, das kann man machen. Wir haben trotzdem gleich Themen bei den Stickern. Keine Frage. Die Sache ist nur, ihr würdet euch wünschen, dieser Stickerbogen wäre viermal so groß, wie er denn tatsächlich dann ist. Denn dann wäre wenigstens irgendwas los im Inneren dieser Halle, dieses Schlosses. Tatsächlich ist da komplett gähnende Leere. Es ist so langweilig, wie man es nur machen kann. Ich bin echt wirklich am Schwanken zwischen Enttäuschung, Entsetzen, völligem Unverständnis und so einer Lache-wenn-es-nicht-zu-meinen-reicht-Mentalität. Wir haben fünf Anleitungen im Set und alle, die so ein bisschen OCD haben oder einfach nur ordnungsliebend sind, die müssen jetzt ein bisschen tapfer sein. Diese Anleitungen kommen in allen Größen und Darreichungsformen daher. Kleine geheftete Broschüre, andere kleine geheftete Broschüre, eine viereckige Broschüre, geheftet, ein großes Heft und ein richtig gebundenes Heft. Okay, auch alles B-Note. Es ist nicht schlimm, es ist eine Anleitung, aber es macht schon keinen Sinn, dass sie es aufteilen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass viele das wirklich mit drei, vier Leuten bauen und sagen, hier, du ein bisschen, ich ein bisschen. Es ist komisch, einfach komisch. Und ja, hier sehen wir nochmal den großen Plan. So soll das Ganze dann aussehen. Das detaillierteste Schloss Hogwarts aller Zeiten, das ist hier der Anspruch. Weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Wir holen das Schloss mal wieder rein und schauen aber zunächst auf die Figuren. Da haben wir einmal Harry und seine Freunde. Das Verhältnis Torso zu Beinen, das passt mir hier nicht so ganz, das sieht ein bisschen albern aus. Gut gefällt mir, dass Hermine tatsächlich nicht nur so ein Rock-Element anhat, dass man zwischen Torso und Beine steckt, sondern dass die Beine auch noch dual-moldet sind, das heißt mit Dark Bluish Grey hier gemischt, so dass es ausschaut, als hätte sie eine Strumpfhose an. Das geht auch den beiden anderen Schülerinnen im Set so. Die sehen wir hier. Einmal die Hufflepuff Lien, die hat keinen Nachnamen. Wir sehen den Ravenclaw-Schüler Terry Boot. Und wir sehen die Slytherin Daphne Greengrass. Ich finde nett, dass sie die unterschiedlichen Uniformen der Häuser anhaben. Das ist gut gelungen. Und ich mag generell, dass es Figuren aus der zweiten Reihe sind. Wir haben ein paar unterschiedliche Schüler dabei, nicht immer nur dieselben. Und so kann man über die verschiedenen Sets hinweg, wenn schon nichts anderes, dann doch zumindest das Schloss Hogwarts wirklich mit unterschiedlichsten Schülern bevölkern. Ein paar Lehrer sind auch dabei. Da haben wir Professor Vektor. Das ist die Arrhythmantik-Lehrerin von Hermine Granger im ersten Schuljahr. Das ist so eine Art Wahrsagerei aus Zahlen. Sehr, sehr schöne Figur generell. Ein bisschen schade, dass der Torso an den Seiten übersteht, an den Seiten des Rocks. Das passt nicht so 100 Prozent, sieht ein bisschen unsauber aus. Setzt sich auch fort bei weiteren Figuren dieser Art. Der Rock hinten ist unbedruckt. Aber dafür haben wir einen sehr, sehr schönen Dual-Molded-Hut. Das gefällt mir extrem gut. Schön mit so ein paar Kerben drin, auch oben angemessen gekrumpelt. Das sieht richtig gut aus. Sehr schöne Figur. Professor Quirrell ist ja allen bestens bekannt aus der Stein der Weisen. Unter seinem großen Turban verbirgt sich Lord Voldemort auf dem Hinterkopf. Ansonsten eine relativ langweilige Figur. Ähnlich wie der fette Mönch. Das ist einer der Geister, die in Hogwarts spuken. Wirklich fett ist er gar nicht. Aber auch er hat einen Rock an, der ein bisschen zu schmal ist für den Torso. Also das zumindest passt dann irgendwie vielleicht sogar. Ist nicht meine Figur. Finde ich nicht so spektakulär. Anders als, ja, Elvis Dumbledore. Diese Figur ist ein Kracher. Ist definitiv für mich das Highlight schlechthin dieses Sets. Ein toller Print vorne auf der Frontseite. Sehr, sehr schön auf den Armen dann weitergeführt. Und auch die Rückseite des Rockes ist hier bedruckt. Dazu Dual-Molded-Hut mit diesen weißen, langen, wallenden Haaren und das Barthelement. Also Tipp-Top-Figur. Zu guter Letzt ist der Troll noch dabei. Wird mit Pins hier zusammengesteckt. Also die Arme an den Torso. Und die Keule, die ist Brick-Build. Was ich nicht mag, ist, dass die Arme hohl sind. Das sieht ein bisschen dämlich aus, wenn man genauer hinschaut. Aber ansonsten ist das eine akzeptable Figur, würde ich sagen. Schauen wir auf das Schloss. Ich halte es euch einmal hier kurz hin. Hier am Fuß der Treppe können wir das Bootshaus anschließen. Wir haben dann hier vorne so ein kleines Atrium. Und eben die große Halle. Die Rückseite erspare ich euch zum jetzigen Zeitpunkt noch. Und dann können wir das Ganze auseinandernehmen. Das kommt erstmal beiseite. Und wir starten einfach mal, würde ich sagen, unten. Denn wir haben hier drei Elemente, die wir rausnehmen können. Einmal einen Gemeinschaftsraum. Die sind wirklich auch nur hier so eingeschoben. Mit solchen Plate Modified. Eben hier in solche Schienen. Und dann kann man die jeweils aufklappen. Das Aufklappen ist einfach nur, um Spieltiefe vorzugaukeln. Ansonsten ist das nichts. Also völlig sinnbefreit, dass man die aufklappen kann. Das wäre völlig okay, wenn das so wäre. Aber gut. Will man sich ja gar nicht drüber beschweren. Ich glaube, das soll der Gemeinschaftsraum von Hufflepuff sein, dem gelben Teppich nach zu urteilen. Und der Tatsache, dass wir die Figur von Lien, der Hufflepuff-Schülerin, in diesen Raum stellen, laut Anleitung. Hier werden Hausaufgaben gemacht. Da wird was gegessen. Hier ist eine der Collectible-Fliesen. Sieht aus wie Rowena Ravenclaw mit dem Diadem. Aber ich schätze, es soll Helga Hufflepuff sein. Anders macht das ja wenig Sinn. Das ist für mich tatsächlich mit das Beste, was das Gebäude hergibt. Diese kleine Räumlichkeit hier. Und das sagt auch schon eine ganze Menge. Wirkt zumindest so ein bisschen heimelig. Aber auch da bei näherem Hinsehen. Wirklich detailliert ist das alles nicht. Das ist so eine Andeutung von Detailreichtum, würde ich mal sagen. Gleich im nächsten Raum wird selbst darauf dann verzichtet. Das ist so ein Flur. Sagen wir, wie es ist. Vier Porträts an der Wand. Die vier Gründer von Hogwarts nehme ich mal an. Ja. Keine, also das Mindeste wäre gewesen, hier irgendwelche Kerzenleuchter noch reinzustellen. Und wenn es nur zwei Stück auf jeder Seite sind, nichts dergleichen. Das ist, ja, kann man machen. Ich weiß nicht, warum man so ein Set gestaltet und sagt, wir haben da unten drei Plätze, um was Cooles reinzupacken. Mach mal so ein Flur. Okay. Wenn eine Falltür im Boden wäre und Fluffy unten drunter, der dreiköpfige Hund. Aber so, ja. Zu guter Letzt, irgendwie der witzigste der drei Teile, weil er halt am nächsten auch an der Geschichte dran ist. Gleichzeitig aber auch überraschend trostlos wieder das Badezimmer. Hermine Granger verbirgt sich hier ja oder versteckt sich auf dem Klo im ersten Band, weil Ronald unter anderem sie als Streberin und Besserwisserin und ich weiß nicht, was alles betitelt. Sie heult und verpasst die große Halloweenfeier und dann kommt der Troll zur Tür rein und zerdeppert hier erstmal so ein Waschbecken. Und schließlich kämpft er dann gegen Harry und Ron, die ihn dann außer Gefecht setzen mit der eigenen Keule. Das kann man hier auch nachstellen, dann generell okay. Okay, wir haben die Spiegel hier, die Toilettentüre hängt an einer C-Clamp. Also da wird sogar auf eine zweite C-Clamp verzichtet. Das ist das Niveau, auf dem wir uns hier bewegen. Und Noppenoptik sowieso. Und innen drin ein Klo. Immerhin diesmal ohne Pipi-Kacker-Witz. Aber sehr dünn. Sehr dünn. Dann das Felsmassiv, auf dem Hogwarts steht. Wir haben hier so eine Tür zum Öffnen. Die haben wir doch. Klappt gut, ihr seht das. Wieder Profi am Werk. So eine Tür zum Öffnen. Ein grotesk-hässliches Sticker. Ich weiß nicht, was das soll. Das haben wir schon beim Raum der Wünsche gehabt. Bei alten Hogwarts-Sets. Das sieht so dumm aus. Wirklich so schlecht aus. Ja. Innen drin ein Besen. Die Tür schließt auch nur so halb. Das heißt, gerade wenn man dann hier vorne, da haben wir das Gegenstück von diesem Rundbau. Das bleibt immer so einen kleinen Spalt offen und sieht ein bisschen dämlich aus. Weiß ich nicht. Hat man sich keinen Gefallen mitgetan. Die Treppe, die mag ich. Die ist ganz cool gemacht, weil sie mit solchen Warnkellen, mit den Pins hier, angesteckt ist in hier solche Headlight-Pieces. Das ist eine schöne Lösung, um das Ganze so schräg zu stellen. Das finde ich tatsächlich auch neben dem Gemeinschaftsraum von Hufflepuff hier den gelungensten Teil eigentlich dieses Sets. Gibt es nichts zu motzen. Und das hier unten ist eigentlich das, womit wir anfangen normalerweise beim Bauen. Das sind so die ersten vier oder fünf Bauschritte. Und da sind wir echt dann sehr schnell schon an einem Punkt, wo man sagt, ich habe jetzt eigentlich fast das halbe Set hinter mir. Und das ist alles, was ich bislang habe. Man könnte jetzt gemein sein und hingehen und sagen, hier, vergleich das mal mit dem Felsmassiv bei den Astronomen-Sets von Blue Bricks zum Beispiel. Die Zielgruppe ist halt eine andere. Das ist nicht wirklich an erwachsene Klemmbaustein-Fans gerichtet, sondern eben auch an Harry-Potter-Fans und an Jugendliche und sowas. Da fehlt die Geduld, da fehlt auch der Anspruch vielleicht. Ist ja völlig in Ordnung, dass man sagt, hey, das ist doch schön detailliert. Ja, für Lego-Verhältnisse mag das sein. Wenn man jetzt in der Klemmbaustein-Welt unterwegs wäre, sieht dieses Set natürlich hier mit dieser Fassade keinen Stich. Von wegen detailreichstes Set und so. Ja, ist okay. Wir haben immerhin ein paar große Elemente drin. Das ist fein. Wird dann alles hier so zusammengesteckt. Auf der Rückseite noch so eine Snod-Bauweise. Das ist somit das Spannendste, was wir bauen im ganzen Set. Neben der Treppe vielleicht noch. Und das sagt auch schon wieder alles. Man hätte hier Bricks reinsetzen können, natürlich. Gar kein Problem. 16er-Brick, 12er-Brick, 16er-Brick oder so. Keine Ahnung. Man hat es halt mit Snod-Bauweise gemacht. Ist fein. Wir sehen hier auch schon so Undock-Stellen für zukünftige Sets. Mal abwarten. Und oben dann modular, damit wir eben die Halle und auch dieses Atrium hier aufsetzen können. Das Atrium. Da wurde mir dann zum ersten Mal klar, hm, das ist irgendwie so ein bisschen karg. Ein bisschen wenig detailreich. Keine Statuen hier, irgendwie Ritterstatuen oder so. Keine Bücher. Kein kleiner Brunnen. Gar nichts. Ein Säulengang und so eine Andeutung von Detailreichtum durch die Verwendung unterschiedlicher Bricks hier. Mehr nicht. Sticker. Warum muss man hier auf dieses 1x2-Element ein Sticker kleben, statt dass man unten einfach einen Masonry Brick in 10 reinbaut und dann einfach ein kürzeres Element draufsetzt oder alles aus Masonry Bricks macht? Warum, warum das hier? Das sind die unnützesten, die dämlichsten Sticker im gesamten Lego-Universum. Challenge geht raus sozusagen. Also sagt mir gerne, was sind noch dümmeres Sticker als diese? Mir fallen keine ein. Das Dach, Noppenoptik, okay. Cool ist hier definitiv die Uhr. Also ein Highlight ist ein Print, natürlich an der Stelle kann ich fast sagen. Das ist fein, aber etwas unspektakulär das alles. So, jetzt ist die Sache die, wir haben noch die große Halle. Und mir fällt hier dauernd die Brüstung ab. Es hängen überraschend viele Plates, sowohl 1x als auch 2x, einfach in die Luft. Wird dann so akzeptiert, dass die einfach ein bisschen überhängen und nicht mehr auf der letzten Noppe aufgesteckt sind auch. Es ist seltsam, also hier zum Beispiel. So sieht das des Öfteren aus in diesem Set. Und ich weiß gar nicht warum. Es wirkt irgendwie so wie so ein Anfängerfehler, wie so eine Anfängerherangehensweise. Keine Ahnung. Ich akzeptiere, wenn jemand sagt, das ist doch schön, das ist doch detailreich. Ja, könnte man meinen. Auch hier, wenn ihr jetzt Klemmbaustein, Modulars für Erwachsene gewohnt seid, ist das hier gar nichts. Wenn ihr Lego gewohnt seid, denke ich, ist das okay. Sie versuchen hier anzudeuten durch verschiedene Farbtöne, durch die Verwendung unterschiedlicher Bricks, dass so ein bisschen Struktur im Mauerwerk ist. Also richtig ist das natürlich nichts. Das Dach wird eigentlich immer schlimmer, je länger man drauf schaut. Ich mag die Verwendung der Käse-Ecken an der Stelle. Ich verstehe allerdings nicht, warum sie hier das Sand Green verwendet haben. Denn eigentlich sind die Dächer ja Dark Blueish Grey. Also eigentlich müssten diese Käse-Ecken hier alle Dark Blueish Grey sein. Dann wären das so kleine Erker, die da aufsitzen. Auch hier die Verwendung von Sand Green. Ich weiß nicht, ob es ein kleiner Reminiscenz sein soll an die alten Hogwarts-Sets, die noch diese Farbe hatten. Okay. Egal, ist da. Kann man jetzt noch sagen, passt, ich mag das Erker-Fenster hier, das finde ich irgendwie in Ordnung. Aber was hier drin passiert, auch hier der Sticker, warum? Was ist das? Schaut es euch an. Schaut es euch längere Zeit an und sucht euch euren Punkt des Entsetzens aus. Ich fange mal oben an. Das hier ist unverkleidet. Das gehört so. Das ist genau so gedacht. Ich weiß nicht, warum das so gedacht ist. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, du hast den großen Plan nicht durchschaut. Da kommt ja noch das andere Set dagegen dann in Zukunft. Da kommt ja noch was. Ja, okay. Dann sollte Lego mir das aber schon sagen, damit ich nicht sauer und enttäuscht bin. Und weiß, okay, das ist jetzt nur ein Teil der großen Halle. Denn offensichtlich soll die von der anderen Seite ja sicherlich noch verkleidet werden. Dann ist das aber irgendwie Etikettenschwindel, wenn ich drauf schreibe, große Halle. Also ich gehe davon aus, dass es so bleiben soll, sprich unverkleidet. Das war so ein Punkt hier auch, dass der Himmel, die Decke der großen Halle, durch die man das Wetter draußen sehen kann. Das ist das Wetter. Ja, es regnet negativ Noppen, sozusagen. Zwei Wölkchen haben sie uns spendiert. Das war der Moment, wo ich wirklich da saß mit offenem Mund und meine Frau kam vorbei und sagt, was ist denn bei dir los? Und ich sage, was ist das? Und meine Frau, die da normalerweise alles egal ist, die sagt, schäbig. Sieht einfach schäbig aus. Wir haben die fliegenden Kerzen. Das ist nett. Und ich möchte an der Stelle aber mal daran erinnern, dass ja Halloween ist. Erinnert euch an den Troll in den Kerkern. Das Szenario spielt zu Halloween. Hätte man da echt nicht mehr draus machen können als das hier. Nehmt, macht euch mal den Spaß hier auf YouTube, wenn das Video vorbei ist. Guckt euch mal Halloween Harry Potter 1 an. Oder so. Gebt das einfach mal ein. Ihr werdet begrüßt von einem Meer aus fliegenden Kürbissen mit Kerzen drin. Dann schwenken sie auf die Tische und wandern so über die Tische. Und da seht ihr so viele verschiedene Speisen. Hier haben wir Salat mit Tomate und Cremetörtchen. Einer der Lehrer hat sich noch eine Gänsekeule unter den Nagel gerissen. Und das ist es. Die Schüler sitzen auf Bänken im Film. Das sind, also wenn das die Bänke sein sollen, sind das die schäbigsten Bänke, die ich in der ganzen Lego-Welt jemals gesehen habe. Einfache Jumperplates. Immerhin auch solche Zweier-Jumperplates. Also zumindest coole Teile zum Teil dabei. Das ist nix. Dann hier hinten wenigstens irgendwie einfach ein paar Kerzen hingeklebt mit Stickern. Lasst uns doch wenigstens die Panel von innen bestickern. Ich mag das auch nicht mit den Stickern. Aber dann sähe es wenigstens irgendwie ein bisschen voller aus. Die vier Haus-Banner. Natürlich bestickert. Gar keine Frage. Wohl dem, der ruhige Hände hat. Das hätte ein Print sein müssen, genauso wie hier oben das Hogwarts-Siegel. Also, ja. Nochmal. Die 150 Euro jetzt, oder 200 Euro UVP geschenkt, aber die 150 Euro, möglicherweise 130 oder 120, die es dann werden am Ende. Das ist so in Summe irgendwie okay. Aber ich hatte keinen nennenswerten Bauspaß. Ganz, ganz wenig jedenfalls. Die Figuren sind zu zwei Dritteln bis drei Vierteln. Ihr wisst, was ich meine. Eigentlich ganz nett, aber wer braucht irgendwie sechs verschiedene Arten von Schuluniformen? Nicht nötig. Dumbledore. In Abstrichen Professor Vector. Die Arrhythmantik-Lehrerin. Okay. Das geht klar. Und, ja. Der Troll. Die sind's. Was denkt ihr? Bin ich da zu kritisch? Habe ich ein Problem mit Harry Potter? Einfach ist es das? Verstehe ich die Welt nicht mehr, die ich damals so geliebt habe? Oder wo ist das Problem? Lasst mich mal wissen in den Kommentaren, was ist eure Meinung? Was ist der unnötigste Sticker in der Lego-Welt, den ihr jemals gesehen habt? Und, ja. Wir werden uns das Bootshaus noch anschauen. Mal gucken, wie das so wird. Ich lege euch das Detailvideo ans Herz, wenn ihr nochmal näher rangehen wollt. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo da lasst. Und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin. Habt eine ganz wunderbare Zeit. Und bleibt gute Menschen. Bis dahin.